Ja, dann müssen wir das leider nochmal machen. Wir warten mal wieder, bis er weg ist. Ich muss da irgendwie anders vorbei. Das hat ja so keinen Sinn. Ich glaube, das mit dem Affen ist gar nicht verkehrt, oder? Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ist er weg? Okay, der geht da einfach lang. Okay, das hat diesmal funktioniert. Ich wusste nicht, ob ich da durchpasse. Hier ist wieder ein Schacht. Klettern wir mal schnell hoch. Oh, oh. Ich glaube, das war es aber noch nicht. Ich glaube... Wo ist der denn jetzt hin? Darf ich einfach lang? Ich weiß es nicht. Lauf einfach. Der sieht mich. Ich hänge hier irgendwie fest. Ich kann mich nicht bewegen. Seht ihr das? Oh, das ist wieder so ein Schalter. Ich brauche einen Schuh. Gong nochmal. Oh, ich duck mich nochmal. Okay, wenn der Gong ist, dann mache ich die Tür auf. Oh, mein Gott. Oh. Ich lasse den kleinen Freund jetzt einfach einfach in Stich. Aber ich frage mich, wo ich hin muss. Ich gucke mal eben. Und muss ich da rüber? Kann es sein, dass ich da rüber muss? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach. Oh, die ganzen Bücher fallen runter. Macht er die Tür zu? Wir brauchen eine Kurbel. Muss ich da rein? Ich brauche da irgendeine Kurbel dafür. Da ist nichts. Nee, da ist ja auch nichts. Muss ich jetzt hier lang? Das ist nichts. Ich brauche das. Ich brauche das. Dann muss ich das. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. Oh, ich muss da rüber, ne? Oh, hoffentlich geht das gleich. Na, der fühlt gleich bestimmt hier nach oben. Bin ich da? Ich bin nur Deku. Kommt er hier rein? Da ist die Kurbel. Allerdings weiß ich gar nicht. Der hört uns wahrscheinlich, oder? Ich sieh ihn leider auch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich genug Zeit habe. Genau. Im letzten Part sind wir da vor ihm weggerannt. Durch die Bibliothek. Oh nein. Okay. Kommt keiner. Ich guck mich halt an ihm hier oben. Aber wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Mit was kann ich denn interagieren hier? Komme ich da hoch? Habe ich hier irgendwas? Ne. Da komme ich nicht hoch. Was haben wir da in der Ecke? Komme ich da hoch? Komme ich nicht? Komme ich da mit was machen. Weiter komme ich hier nicht. Kann ich damit was machen. Was war das? Irgendwas kann ich damit machen, oder? Kann ich da was gegenwerfen? Ich weiß nicht, aber... Ich seh hier sonst nichts. Was? Irgendwas muss ich doch hier mitmachen. Wie komme ich denn hier raus? Ich muss ja irgendwo mit der Kurbel raus. Mit der Kurbel kann ich nicht klettern. Kann ich da doch nichts mit machen? Wo muss ich hin? Okay. Ich kletter da nochmal hoch. Okay. Da war ja nichts, ne? Ne. Damit kann ich nichts machen. Ich habe die Kurbel, aber damit kann ich ja nicht klettern. Das steht nur der Fernseher. Ne, die kann ich auch nicht werfen. Die will ich da haben. Oh. Oha. Zerädeln jetzt. Oh, diese blöde Ruhe da unten. Kann ich trotzdem vorbei? Oha. Oha. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier, guck mal, da können wir mal eben die Kerze anmachen, wir sind wieder in einem Schacht Oh, hopp los ab, wir haben ihn immer noch nicht abgehängt Oh, da ist er wieder Muss ich gleich weglaufen, oder was? Achso, ich dachte, ich verstecke mich erst mal Ich muss einfach schnell sein Hau ab, ach du Blödmann, was muss ich denn machen? Ja, 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 ich weiß gar nicht, wohin ich muss, ich darf mich gleich, ich kann mich gar nicht umgucken Darf ich das nicht umgucken, ich dachte, ich dachte, ich mach das weg, das war aber dumm Ich weiß nicht, was ich machen soll Oh, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Und dann pfingt er mich doch sofort. Nee. Das geht nicht. Ach ja. Was muss ich machen? Warum zerbricht das nicht einfach? Ach, ja. Gott. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Kletter hoch. Hä? Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Nein. Lass die Griffel von mir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss da irgendwie an die Luke, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh. Oh, was ist das denn? Ich will mich gerne umgucken. Oder muss ich den Käfig da irgendwie kaputt machen? Ich weiß es nicht. Kann ich den da rausziehen? Da umarmt er ihn. Oh Gott. Okay. Anscheinend so. Ich weiß es nicht. Eine haben wir schon mal. Okay. Dann noch die andere anscheinend, ne? Kleiner Sack, du. Er umfasst ihn ja auch immer. Oh, schaffe ich doch nicht. Ach Mist, ich habe mich berührt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie es geht. Oh, muss ich auch noch beide. Okay, nochmal das Ganze. Fummel, Fummel, Fummel. Ich weiß nicht, warum ich das nicht schaffe. Ich weiß nicht, warum ich mich so... Lauf weg! Jetzt muss ich es noch einmal auf der anderen Seite schaffen. Ah, hör auf zu fummeln. Ach, geschafft. Die Arme sind ab. Wir sind jetzt wieder hier drin, in so einem Schacht. Ich laufe jetzt einmal einfach weiter. Errungenschaft freigeschaltet, das Versteck. Oh. Was für ein Akt. Wir haben jetzt die Arme abge... ...knipst. Oh. Bin ich froh, dass wir das hinter uns haben. Ja, wir sind im Schacht. Und Ich würde sagen, dass wir hier erstmal eine Spielpause machen. Ich mache jetzt hier einen Aufnahmestab. Ja, war sehr nervenaufreibend. Ich bin da erst gar nicht drauf gekommen, dass ich dieses... ...diesen Käfig kaputt machen soll. Überhaupt nicht. Äh, hab... Ja gut. Am Ende hat es ja doch geklappt. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt aus dem Versteck anscheinend raus. Weil wir auch die Errungenschaft freigeschaltet haben. Mal gucken, was uns jetzt erwarten wird. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann. Eure Inuri Alpi Eure Inuri Alpi